Hey, I saw an Angel und ich sehe heute einen Angel hier sitzen bei mir. Virginia Ernst in the house. Herzlich willkommen in den Deephold Voice Studios zum Podcast Deepholds Voice. Hallo. Hi, danke für die Einladung. Ja, herzlich willkommen. Danke dir, dass du da bist. Deine neue Single ist draußen. Ja, schon seit 30. September. Seit 30. September. Und das Tolle daran ist, glaube ich, dass du das erste Mal das selber produzierst. Ganz genau. Ich habe ja schon mehrere Singles rausgebracht und auch schon ein ganzes Album 2017, worauf ich natürlich jetzt auch wieder hinarwarte. Aber das war die erste Nummer, wo ich gesagt habe, da würde ich gerne selber produzieren. Weil die Nummer hat für mich so einen tieferen Hintergrund und ist eine der persönlichsten Nummern, die ich bis jetzt geschrieben habe. Und habe gesagt, das würde ich gerne selber produzieren. Und gemeinsam mit einem Co-Produzenten, mit Dominik Landolt, haben wir gemeinsam mit meiner Band... Ist das jemand, der in deiner Band auch spielt, oder? Ja, das ist mein Keyboarder. Ah, das ist dein Keyboarder. Das ist natürlich klar. Das ist alles in-house bei euch, gell? Ja, genau. Also das ist schon eine sehr berührende Nummer für mich, weil sie auch für meine verstaubene Großmutter geschrieben worden ist. Und deshalb sehr touchy. Und es ist, glaube ich, erst vor zwei Monaten habe ich es geschafft, dass ich nicht wahnsinnig auf der Bühne stehe, wenn ich den Song performe. Wow. War unglaublich. Und das Schöne ist ja, ich habe ja auch die Ehre und das Vergnügen gehabt, dass ich ein ganz, ganz kleinen Teil auch mit beitragen kann dazu auch. Wir haben das gecoacht. Ja, gemeinsam. Ich habe dich durchgecoacht durch den Titel, um zu schauen, um einfach einen gewissen Input zu geben als Vocal Coach. Wie könnte man es machen? Genau. Wie ist es auch von der emotionellen Seite vor allem? Weil Singern muss man dir nicht beibringen. Also das ist in dir ein Imprint, der drinnen ist. Man kann es immer perfektionieren. Ja, das ist klar, sowieso. Und der Punkt ist ja auch, wenn man mit Künstlern arbeitet, wo so viel aus einem Selbst kommt, nämlich von dir, weil du schreibst selbst, du textest selbst, dann ist es einfach ein gemeinsames Erarbeiten. Und wir haben das gemacht, glaube ich, zwei Tage, bevor du dann die Final Tracks aufgenommen hast. Genau. Und hast du das Gefühl gehabt, dass dir das geholfen hat, dass das in irgendeiner Form zusätzlich was bewirkt hat und dass du vielleicht ein bisschen mehr Sicherheit gehabt hast? Definitiv, definitiv. Weil du hast ja, wenn du eben selber schreibst, selber produzierst und selber dein Chef bist, nicht wirklich eine Referenz zu dem, was vielleicht besser sein könnte. Somit war es schon gut, dass ich zu dir, zu jemandem Professionellen gegangen bin, der mir sagt, okay, das klingt vielleicht so besser, mach dir mal Gedanken vielleicht so oder singe es lieber sanfter, emotionaler. Und das war mir einfach auch wichtig bei der Nummer. Da wollte ich einfach alles sehr schön haben. Man kann zwar sehr viele Songs aufnehmen, die dann halt, da singst du halt einmal durch und ich wollte es halt perfekt haben. Und da hast du mir schon sehr gut geholfen. Das freut mich. Freut mich total. Und weißt du, der Punkt ist, es ist ja umgekehrt genauso, mit Leuten wie dir zu arbeiten, das macht dir unfassbar viel Spaß. Ja, cool. Ja, selbstverständlich. Ich meine, das ist ja etwas, wenn du eine Künstlerin vor dir hast, die so viel von sich aus einbringt, dann bist du natürlich als Coach erstens auch gefordert, keine Frage. Und zweitens ist es auch immer so ein Abwägen, das werden sicher auch andere Coaches in unterschiedlichsten Bereichen. Ich weiß nicht, ob das Sport ist oder wo kann man gleich dazu kommen, weil du bist ja Spitzensportlerin gewesen, professionelle Spitzensportlerin in einer sensationellen Sportart, die ja für Frauen jetzt, sagen wir mal, nicht die Ur-Sportart ist. Nein, eigentlich nicht. Ja, genau. Und da kann man gleich, nämlich alles, okay, aber da kann man gleich dazu. Also, aber das ist auch für Coaches interessant, diese Dynamik herzustellen, weil ich arbeite mit einer Virginia Ernst anders wie mit jemandem anderen. Also, es ist nie gleich. Also, diese Dynamiken sind so spannend und sich da abzustimmen und da in so einer kurzen Zeit, relativ kurzen Zeit, eine Arbeitsdynamik zu schaffen, die stimmig ist und die dem Klienten dann auch in irgendeiner Form was bringt. Das ist toll, aber mit dir zu arbeiten ist ein Breeze. Also, für alle diejenigen, die in Zukunft mit ihnen auch arbeiten werden und das hoffe ich, dass das viele sind, wobei du vieles ja selber machst mittlerweile. Genau. Genau. Also, you're very, very nice to work with. Dankeschön. Very nice. Aber ich kann das nur zurückgeben. Ah, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Honig ums Maul, Schmier gegenseitig. Schweden und Eishockey. Das ist etwas, was ganz in deinem Leben entscheidend war, schon, oder? War es definitiv. Ja. Weil ich bin ja, ich habe ja eingefangen zum Eishockey spielen, da war ich acht. Also, ich bin ja schon mit zwei oder drei Jahren auf der Erstlaufschule das erste Mal am Heumarkt, also bei BFV in Stadtpark, gestanden und habe dann mit acht beschlossen, ich will Eishockey spielen. Okay. Und da habe ich halt bei den Jungs gespielt, bis ich 14 war, dann bin ich zu den Frauen gewechselt und dann war mir das nicht genug. Ich habe zwar National ihm gespielt und so, aber ich wollte einfach raus. Ich wollte ein anderes Eishockey irgendwie sehen. Interessant. Und bin dann mit 17, habe ich die Anfrage gekriegt, damals von meiner damaligen besten Freundin, die eben von Schweden angefragt worden ist, ob sie noch einen Spieler kennen. Und sie hat mich halt vorgeschlagen und wir sind dann hoch nach Schweden, nach Westeros und ich habe dort ein Probetraining gemacht und bin gar nicht mehr nach Hause geflogen. Also, ich bin dann dort wirklich geblieben, was der Mama eh recht war, weil ich wollte ja eigentlich nach Amerika. Ich wollte nach Philadelphia oder Detroit. Chicago wäre auch so ein... Professionell Eishockey zu spielen. Genau, um professionell Eishockey zu spielen. Es war halt anders, dieses Eishockey. Es war halt zwar so, dass du... Ich habe mein Leben lang in diesen Sport hinein investiert, von Schweiß und Blut, von der Ausrüstung, von den ganzen Mitgliedsbeiträgen, die man zahlen muss. Ich habe fürs Nationalteam zahlen müssen. Es war eine andere... Was? Du musst zahlen? Wie? Du musst fürs Österreichische, oder? Ja, nach wie vor. Ja, es ist leider so, dass der österreichische Eishockeyverband die Mädels einfach nicht so fördert, wie die Männer. Und dafür, das ist, Sie haben uns damals schon gesagt, wie ich aufgehört habe, das war jetzt, ist jetzt mittlerweile, wann habe ich aufgehört mit dem Nationaldeam? Das war 2012, also sieben Jahre her. Da bin ich mit denen am Tisch gesessen und sie haben gesagt, sie wollten uns aufhalten, dass wir halt nicht vom Nationaldeam gehen und haben uns gesagt, ja, ihr seid halt die Pioniere, in zwei Jahren wird sich das ändern. Das hätte 2014 definitiv eine Änderung sein müssen. Aber nach wie vor zahlt jede Eishockey-Spielerin, die fürs österreichische Nationaldeam spielt, zehn Euro pro Trainingslagertag. Das heißt, wenn du 14 Tage Trainingslager hast, musst du pro Tag zehn Euro zahlen. Zwar bin ich dann, wie ich in Schweden war, habe ich A-Nationaldem gespielt und war noch unter 18, somit auch U18-Nationaldem. Da wären die Kosten extrem gewesen wegen der Fliegerei, aber ich wurde da schon finanziell unterstützt, dass sie mir gesagt haben, okay, ich zahle die Flüge. Das war das Einzige. Aber in Schweden zum Beispiel bin ich, habe ich in einer Wohnung gelebt, ich bin zur Schule gegangen, sie haben mir Verkostung gezahlt, sie haben mir die Wohnung übernommen, sie haben mir die Ausrüstung gezahlt. Also ich war diesen Standard nicht gewohnt. Es war immer so, für das Hobby, was du machst, musst du zahlen. Plötzlich kam es anders. Kam es anders. Bekommst du bezahlt. Bekommst du plötzlich bezahlt, ja. Und nichts anderes ist in der Musik. Ich war nie davon, dass ich jetzt von Anfang an irgendwie das Geld verdiene, weil Musik ist einer der schwierigsten Businesses, die ich irgendwie kenne. Weil du weißt nicht, wann es passieren wird oder wo es passiert wird, sondern du machst einfach. Und es ist halt ein Hobby, das ist mittlerweile meine Leidenschaft und mein Leben geworden. Naja, also ich glaube, dass es dein Beruf ist mittlerweile. Ich meine, wenn man so weit kommt wie du. Natürlich ist es meine Berufung, aber es ist vielmehr meine Leidenschaft, sonst könnte ich die Musik gar nicht weitermachen. Ich verstehe schon, aber du bist Profimusikerin. Klar. Ja. Ja, sicher. Songwriterin. Come on! Ich meine, mit Chart-Hits und so weiter. Ist ja unglücklich. Schau, ich kenne dich ja, seitdem du so klein bist. Ganz, ganz klein, ja. So klein. Und dein Talent hast du sicher von deinem Papa geerbt. Michael Ernst, ein großartiger Songwriter. Toller Sänger. Also mit Projekten, die unglaublich waren. Dein Papa hat gearbeitet mit wirklich internationalen Größen. Man weiß das oft gar nicht so genau. Und leider Gottes, und da muss ich ihn ein bisschen in die Pflicht nehmen, hat er sich mehr und mehr in die Wirtschaft jetzt abgedriftet, sozusagen. Aber Michi, wir brauchen deine Songs. Wieder. Definitiv. Genauso wie der Genie ihre Songs. Es gibt nämlich wirklich zwei verschiedene Kategorien, wie ich mir das irgendwie immer definiere. Songs, die die Welt nicht braucht. Songs, die die Welt braucht. Es ging vielleicht ein bisschen schroff jetzt, aber Michi, deine Songs brauchen wir. Und was du schreibst, ist sowieso. Und ich sage dir eines, ich war ja zehn Jahre im Ausland oder zwölf Jahre eigentlich auch. Zehn Jahre in England und dann zwei Jahre in Amerika auch. Gependelt halt immer wieder mit Österreich, weil wir ja mit der Nacht der Musicals wahnsinnig viel auf Tour waren. Sel war damals die Rachel und ich. Du kennst ja glaube ich die Rachel auch noch. Ja, ja. Meine Ex-Frau, mit der wir die Nacht der Musicals produziert und gegründet haben. Und ich kann mich erinnern, ich bin dann zurückgekommen 2012 aus England. Ja, ja. Und da habe ich das erste Mal erfahren, da habe ich dann mit Michi dann wieder Kontakt aufgenommen und er hat gesagt, ja, ja, die Genie macht auch Musik. Ja. Und ich dachte, ja, langgefahren zum Ding, ich kenne die Genie von früher, eben schon deine Eishockey-Leidenschaft, die habe ich ja damals schon mitgekriegt, ein bisschen. Und ich habe gedacht, okay, sie macht Musik auf der eigenen Website, hörst du rein? Und dann höre ich das, was du gemacht hast. Ja. Oder was du da angefangen hast und dachte mir, that's fucking international. Big thing. Unglaublich. Also ich habe ja nichts gewusst davon. Ja. Also. Ja, ich glaube, ich habe sehr viele Leute täuschen können, ja. Weil das war durch diesen Leistungssport, den ich getrieben habe und dieses ständige Training und immer am Eis zu sein und im Ausland zu sein eigentlich und plötzlich mache ich Musik. Unglaublich. Und das haben viele Leute mir nicht glauben können. Schwer zu verkraften natürlich für meine Mitspielerinnen, für meine Trainer, wo ich dann gesagt habe, so, ich höre jetzt auf zum Eishockey-Spielen mit 21. Was ja viel zu früh ist eigentlich, oder? Ja. Ja, ja, ja. Du hättest ja länger spielen können dann wahrscheinlich. Natürlich, körperlich natürlich, aber es war halt einfach finanziell gesehen, ich habe natürlich, hätte ich viel länger spielen können, aber ich hätte nie irgendwann einmal sagen können, so, mit 28 bin ich so weit, dass ich jetzt das Geld damit verdiene. Ja. Ich hätte mein Leben lang das als Hobby machen können, aber nie als Berufung, sagen wir so wie die Männer. Und das ist halt der Riesen-Nachteil, wenn du auch so gespielst oder generell Sportarten als Frau. Und ich habe halt gedacht, okay, was kann ich noch irgendwie gut, was könnte ich noch erlernen? Und irgendwie habe ich dann in Schweden die Leidenschaft zur Musik wirklich ausgeprägt bekommen, weil ich mir da selber das Gitarre spielen beigebracht habe, mit einer Ovation-Gitarre das erste Mal. Brauchige Ovation-Gitarre. Genau. Und das nennt man in deinem Live-Gitarrenlehrer, sondern über YouTube? Ja, über YouTube, ja. Da habe ich so einen Lehrer gehabt, der hat mir wöchentlich neue Songs beigebracht und die Akkorde. Ich habe wirklich die Stahlseiten gehabt, ich habe ja gar nicht die Plastikseiten. Ich wollte zum Geburtstag, zum 20. oder 21. Geburtstag wollte ich unbedingt eine Gitarre und mein Onkel hat mir dann seine alte Ovation, die dreifach so alt war wie ich, nach Schweden geschickt. Und da bin ich dann gesessen und habe mir gedacht, okay, ich muss jetzt irgendwie meine Emotionen freilassen, weil im Sport hast du keine Zeit für Emotionen. Da pudelst du dich ab, stehst auf und fährst weiter. Du hast auch nicht diesen emotionalen Draht zu deinen Mitspielern. Du hast eigentlich diese Freundschaft, diese beste Freundschaft, aber du hast nicht diesen, wo du dich wirklich auskotzen kannst, wie es dir emotional geht. Und ich war dann plötzlich ganz alleine, weil meine beste Freundin ist damals dann wieder zurück nach Schweden und ich war dann eineinhalb Jahre wirklich ganz alleine in Schweden. Ist das die gewesen, über die du reingekommen bist zuerst? Also sie ist dann sozusagen früher zurück und du bist geblieben dann? Ich bin dann alleine geblieben. Ich bin dann, ich habe auch eine Beziehung oben gehabt, die war dann auch viele, viele Stunden weit entfernt, also quasi Fernbeziehung. Und ich war dann ganz alleine dort und ich habe mir dann gedacht, okay, wie kann ich meine Gefühle verarbeiten. Ich kann nicht, ich kann nicht schreiben. Also so Gedichte, das war ich nicht. Ich kann nicht zeichnen. Ich habe immer schon gesungen. Ich bin musikalisch aufgewachsen, habe aber kein Instrument können. Somit war meine einzige Hoffnung, dass ich es mir irgendwie über YouTube lerne und habe mit zwei Akkorden dann mir meinen ersten Song geschrieben. Und dann hat die Mama mich mitgenommen, weil die hat damals noch gemalt, zu einer Vernissage in England. Deine Mama hat eine Galerie, gell, in Wien? Oder gehabt? Gehabt hat sie. Sie gibt es immer wieder, aber jetzt gerade ist sie besetzt, aber sie gibt es immer wieder. Aber meine Mama ist total mit Farben und Zeichnen, das kann ich ja überhaupt nicht. Ich bin froh, wenn ich ein Strichmaßl zusammenkriege. Und sie hat halt dann gesagt, okay, Genie, ich melde dich ja bei diesem Songwriter-Camp an, dass du was zu tun hast. Und ich sage, okay, passt nicht, dann mache ich das halt. Und ich habe das sechs bis acht Stunden lang gemacht und dann im Endeffekt haben sie gesagt, okay, da waren ja 15 Künstlerinnen oder mehr sogar dabei, wir müssen das am Abend dann bei diesem Festival halt auf der Bühne auftreten vor 300 Leuten. Und ich sage, never ever, das mache ich nicht. Nein, sie haben mich dann irgendwie überredet, weil ich war ja überhaupt nicht irgendwie eine Bühne gewohnt. Also kein Nicht-Enttrang als Bühnen-Performer sofort gehabt und gesagt hast, die Bühnen-Sau. Nein. Ich muss auch sie leider verhalten. Nein, überhaupt nicht. Ich bin jeden Mittelpunkt, den es irgendwie gab, aus dem Weg gegangen. Ich habe es ja schon mal nicht einmal geschafft, in der Schule Referate zu halten. Ich war immer krank. Ich war immer krank. Wow. Ja, ich glaube, ich kann mich an ein Referat erinnern und das war's. Also das war, ich war ein richtiger Hosenschasser, muss ich sagen. Und dann bin ich dort auf die Bühne ganz alleine, normalerweise gehst du aufs Eis mit fünf oder sechs Leuten gemeinsam. Ja, da ist nicht die Aufmerksamkeit auf dir und ich bin dort oben. Mannschaftssportler. Ja, genau. Und plötzlich stehst du da alleine, mit deinen zwei Akkorden singst du deinen ganzen Song dreieinhalb Minuten durch. Ich habe geschäbert, bin nur drunter und war nur froh, dass ich da endlich unten bin. Es war natürlich ein total anderes Gefühl, als ich plötzlich bekommen habe. Und im Endeffekt, da gab es ja dann noch, das war so ein Wettbewerb und ich war einfach nur froh und habe schon mit der Mama geredet, so, boah, nie wieder und blablabla. Und plötzlich habe ich meinen Namen gehört und habe im Zuge dessen einen Demo-Auftrag in einem richtigen Studio in England von Martin Smith, der ist der Produzent und Gitarrist von Electric Light Orchestra gewesen. Okay, Elo. Die sind jetzt wieder auf Tour übrigens, auf World Tour. Ja, aber ich glaube, er ist nicht mehr dabei. Ah, okay. Aber er war sehr viele Jahre dabei, war auch der Produzent und der hat halt dann gesagt, er findet mich so super und wir müssen das machen. Und das hat, dieser Abend hat mein ganzes Leben verändert. Genau dieser Abend. Und ja, ich habe dann irgendwie am nächsten Tag gleich meinen Trainer angerufen und habe gesagt, ich werde nicht mehr zum Training kommen. Es war wirklich am nächsten Tag, ja. Der hat mich ausgeklickt, hat aufgeklickt, also hat zu mir gesagt, wir sehen uns beim Training, Gini und hat aufgeklickt. Und ich bin nie wieder zum Training gekommen. So einfach ging es dann. Unglaublich. Und die Mama hat dich angemeldet. Also ohne die Anmeldung wäre das so in der Form wahrscheinlich nicht passiert. Also ganz ehrlich, ich habe meinen Eltern enorm viel zu verdanken. Also meine Mutter hatte schon damals, wie ich sieben war und mich einfach ans Gebirge gesetzt habe und gespielt habe, hat die schon damals gesagt, die soll Musik machen. Aber das war halt Papas Business. Das war halt Papa. Das ist so besetzt auch von deinem Vater gewesen. Genau. Und ich war halt irgendwie nicht so daran interessiert, weil es natürlich mir meine Ängste irgendwie zum Vorschein gebracht hat. Musik zu machen, du musst singen vor fremden Leuten, du musst auf die Bühne gehen. Da kam dann plötzlich alles so, nein, 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 nein. Ja, genau. Okay. Und irgendwann habe ich das halt konfrontieren müssen. Ich habe dann dann irgendwie auch durchgehen müssen, um die Landschaft zu sehen und so durchzugehen, mehr oder weniger. Und meine Mutter hat halt immer an mich geglaubt und hat immer gesagt, ich bin total musikalisch und ich gehöre in die Musik. Und ich wollte das halt nie sehen. Und ich habe immer gesagt, ich bin Sportlerin, ich bin Sportlerin, ich bin Sportlerin. Also das war so der, genau, das war so das stabile Ding, Datum, oder wie man es auch nennen möchte, dass du sagst, ich bin Sportlerin und das andere hat keinen Platz. Genau, genau. Aber weißt du, du bist so eine Inspiration auch für Leute, weißt du, die diesen Drang in, und egal, was man macht im Leben, weil wenn man es jetzt, Musik ist ja etwas, was ein unglaublich umfassendes Thema und ein generelles Thema, weil es einfach so schön ist. Und es gibt so viele Leute, ich merke es ja auch im Coaching, die später im Leben, die natürlich nie Profis werden, aber die, die zum Vocal Coaching kommen und sagen, ich bin so viel durchgegangen im Leben, ich habe jetzt Karriere gemacht und egal, ob das Vorstandsdirektoren sind oder Rechtsanwälte oder Ärzte oder irgendwas, aber eigentlich wollte ich immer Musik machen. Und jetzt, und da kommen wir uns dann mit 30, 40 oft daher und sagen, jetzt möchte ich das machen und das lernen, weil einfach das etwas ist, was mich ein Leben lang verfolgt und du hast den Mut gehabt. Du hast den Mut und das hat mit Mut zu tun und natürlich auch mit wahnsinnig, mit Support von zu Hause. Natürlich, ich glaube, das könntest du sonst nicht. Also zum Beispiel, ich habe ein paar Leute, unter anderem eine Ärztin, die sagt, ich wäre so gern Musical-Darstellerin geworden und meine Eltern haben es mir nicht erlaubt. Und die war auch im Sport, die war Spitzensportlerin, Turnerin, Tennis, hat dann Medizin studiert, ist eine gute Ärztin, toll, verdient schön und alles, eine wunderbare Karriere gemacht, büthübsche Frau nebenbei noch, hat früher gemodelt und alles. Aber eigentlich wollte sie das immer machen und ist mit so einer Akribie jetzt hier im Coaching und macht das sozusagen als Extended Hobby, weil ihr das so Spaß macht. Und blüht auch dabei total auf. Musik ist was total Schönes. Wahnsinn. Musik ist einfach, ich muss halt dazu sagen, ich bin halt nicht derjenige, der jedes Instrument spielt. Muss man ja nicht. Ich kann nicht einmal Noten lesen. Das ist mir egal. Das ist auch speziell in der Populärmusik egal. Ja, das höre ich schon öfter. Aber für mich hat Musik immer diesen, du kannst dazu warnen, du kannst dazu lachen, du kannst einfach deine Emotionen plötzlich, deine Gedanken da freilassen. Und du bist nur mit dir. Und Musik hat mir das immer gegeben. Ich habe je, wurscht wo ich war, ich habe meinen MP3-Player mitgehabt. Ich habe selber geschrieben. Aber nie habe ich den, so wie du schon gesagt hast, den Mut dazu gehabt, Musik anzugehen. Weil ich glaube ich auch glaube, dass es ein sehr abschreckendes Business ist. Absolut. Sicher. Weil du siehst natürlich die ganzen Stars. Und du weißt, was die zusammengebracht haben. Aber der Weg dorthin ist definitiv kein einfacher. Klar. Aber das hast du grundsätzlich eh in jeder Branche. Aber natürlich in vielen Branchen hast du es verstärkt und in vielen halt nicht. Und ich glaube, Kunst ist so eine Sache. Ich finde das ja immer total schön, wenn dann Radiomoderatoren oder Fernsehmoderatoren oder, ich will jetzt keine bestimmten Namen nennen, aber viele dann das bekritteln, was du machst. Und ich finde das dann eigentlich total unfair, weil Kunst kann man nicht kritisieren. Weil entweder mag man es oder man mag es nicht. Aber man kann nicht seinen Senf dazugeben und dann behaupten, ich mache das irgendwie besser. Weil es gibt kein Besser. Jeder macht eine gute Arbeit für sich. Und du hast deine Fans, die hinter dir stehen und du hast halt deine, sage ich jetzt einmal, nicht so Fans, die halt nicht hinter dir stehen. Aber ich finde das dann immer so, ich finde es einfach nicht cool, wenn man Musik abwertet. Oder ein Bild. Oder irgendwas, was mit Kunst zu tun hat. Also das würde ich einfach verändern wollen irgendwie. Dass man Musik als Musik ansieht, egal ob das jetzt ein Hit ist oder kein Hit ist. Schau, das ist ja, du sprichst ein Thema an, das mich ja verfolgt als Casting-Juror in TV-Shows zum Beispiel. Das ist ja dasselbe Ding. Das schlägt dir irgendwo auch in eine ähnliche Kerbe. Definitiv. Dass du Leute da hast, das ist eine zweischneidige Geschichte. Schau, warum gibt es Casting-Shows? Das hat sich entwickelt, weil die Musikindustrie hat sich in einen Strudel reingearbeitet, weil sie übersehen hat, wie die ganze Downloaderei begonnen hat und so weiter und die Verkäufe eingebrochen sind. So, jetzt ist man hergegangen, zwei Leute, Simon Fuller und Simon Cowell heißen die. Und Simon Fuller war der Produzent der Spice Girls damals. Und der Simon Cowell ist ja derjenige, der sozusagen da über Dieter Bohlen ist in all diesen Shows in England. Ich weiß nicht, ob da der Name was sagt. Sagen du doch mal was. X-Factor ist das und ein Pop Idol, der Typ, der dunkelhaarige Typ, Simon Cowell, der also alle niedermacht und so weiter und so fort. Und das ist natürlich auch das Problem bei solchen Shows. Und da schlägt das schon auch in diese Kerbe, weil ich habe schon auch in Stamme in Air gemerkt damals, weil ich bin ja nicht nur in der Jury gesessen, sondern habe die gesamten Coachings gemacht, auch in der ganzen Serie dann von Anfang bis zum Schluss, was da hinter der Kamera passiert ist und was psychologisch mit den Leuten abläuft. Und es hat ja auch Leute gegeben, die teilweise wirklich psychologische Probleme gekriegt haben und in der Klosern waren. Ja sicher, kann ich mir gut vorstellen. Weil schau, was machst du denn? Du gehst her und nimmst einen 15, 16, 17-Jährigen oder eine 15, 16, 17-Jährige, die kommt aus dem ganz normalen Leben, die erleben einen Hype sondergleichen, plötzlich sind Reality-Stars für eine kurze Zeit und dann lässt das mehr oder weniger freuen wieder. Und was kann das machen, was macht das mit einer Seele, mit einem Künstler? Weißt du? Und das ist gerade der Punkt. Und das ist der Kritikpunkt bei solchen Sachen. Ja, definitiv. Das sehe ich mittlerweile auch so, obwohl ich mich da selber in die Pflicht nehmen muss, weil ich war ja einer der ersten Betreiber als die erste Jury damals, wie wir das begonnen haben. Aber das war mein von Anfang an. Ich kann mich erinnern, wir sind da im ORF dann auch gesessen, auch wenn der Schuh fix ist und da ist auch das Thema hochgekommen, okay, wer betreut denn die Leute psychologisch überhaupt? Ja, und gerade in der ersten Staffel war es ja so, das war ja wirklich ein enormer Hype damals mit all den Leuten. Ja, und was da hinter den Kulissen los war, war ich faktisch zwölf Stunden dort oben und habe nichts anderes gemacht wie gearbeitet. Ich hätte eigentlich oben schlafen können im Endeffekt. Also diese Probebühne unten war permanent nur mit Stamania besetzt und mit den Vorbereitungen. Und das war schon etwas, da sprichst du etwas an und das ist etwas, was schwierig ist. Und da wird mit Emotionen natürlich gespielt auch und die Leute ergötzen sich an diesen auch. Ja, also das ist so dieses Selbst-sich-erheben über andere irgendwo, ja, also als Zuschauer auch, wenn der schlecht ist oder obelat die Performance und das ist echt ein Thema. Ist es definitiv. Das ist ein Thema. Ja, und wie du richtig sagst, Kunst steht da als eigenständiges Ding und muss das auch sein, weil es ein Kommunikationsmittel ist, ist, dass das in einer Form existiert, die halt über dem normalen Kommunikativen steht, in einer gewissen ästhetischen Form, die auch, it should be untouchable. Ja. And that's a ganz, ganz interessantes Thema. Ja, und es liegt dann auch am anderen, ob er die Kommunikation dann zulässt oder halt nicht. Genau, so ist es. Aber ich würde halt diese Kommunikation, wenn wir jetzt schon in dem Thema sind, auch nicht abwerten. Absolut. Ganz, ganz ehrlich. Natürlich gibt es, wenn du mir sagst, du warst bei Stamene dabei und so, natürlich gibt es Kandidaten, die halt nicht der perfekte Sänger sind. Tja. Oder ist. Aber ganz ehrlich, es gibt so, so viele gute Stimmen. Ja, absolut. Ja. Keine Frage. Aber ich glaube halt auch, dass wenn du wirklich Musik machen möchtest und als eigenständiger Künstler unterwegs sein willst, brauchst du viel mehr. Da brauchst du nicht nur die Stimme, du brauchst den Charakter dazu, du brauchst den Look dazu, du brauchst einfach... Dieses Selbstbewusstsein, um das durchzuhalten. Ja. Das Selbstbewusstsein ist enorm wichtig, weil so viel, Entschuldigung, Ausdrucksasse, aber so viel Schasse, was dir entgegenkommt, musst du auch verkraften können. Voll. Voll. Weil sonst gehst du an und du hast doch vorhin erwähnt, dass dieser Hype natürlich da ist. Ja. Falco oder ich weiß nicht, wer, ich glaube das war Falco, er hat immer gesagt, es ist nicht schwierig, einen Hit zu machen. Schwierig ist, dort zu bleiben. Absolut. Ja. Genau. Weil so schnell wie du oben bist, kannst du auch wieder runterfallen. Nur viele Künstler sind natürlich darauf, haben darunter gelitten, dass sie gehabt worden sind. Plötzlich sind sie nicht mehr gespielt worden und wurden weggenommen von den ganzen Leuten. Ja. Und plötzlich haben sie ihre Existenz nicht mehr gehabt. Ja. Und da musst du dich als Künstler irgendwie schauen, wo du selber dich so präsent machen kannst, wie du nur kannst. Das ist das Schwierige, glaube ich. Was wäre dein Plan B gewesen? Hättest du da jemals einen gegeben? Plan B. Du, ich habe meine Fitnessausbildung gemacht in Österreich und war dann im Fitnessstudio tätig, weil ich wollte halt auch immer den Leuten helfen und mir hat der Sport Spaß gemacht. Ja, ich wollte auch Sport studieren. Dann habe ich einfach nur mitbekommen, dass das Sportstudium extrem anstrengend ist. Und ich war immer, ich neige immer dazu, wenn etwas anstrengend ist, ich gehe lieber was anderes, was einfach ist. Oder ich brenne für etwas. Ja. Ja, weil ich war immer so ein Typ, wenn du mir schulische Sachen gegeben hast, das war mühsam. Oder, wenn ich etwas für etwas brennt habe, dann habe ich es durchgezogen. Ja. Voll und ganz. Und ehrlich, ich war dann, wie ich zurückgekommen bin, von Schweden, bevor das noch mit der Musik losgegangen ist, habe ich ja, der Workshop war ja erst Ende des Jahres, habe ich wirklich ein Dreivierteljahr, habe ich mir gedacht, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ich habe nur trainiert im Fitnessstudio, bin heimgegangen und habe halt nichts gemacht. und habe die ganze Zeit gekrübelt, was kann ich machen? Was passt zu mir? Ich will nicht wirklich studieren gehen, das braucht wieder so lange. Und ich bewundere jeden Einzelnen, der studieren geht. Ja. Ja, weil das braucht auch sehr viel Ausdauer. Man ist sicher. Und dieses Lernen und meine Frau hat selber daheim wegen ihrer Schule gelernt, ich hätte das nicht so gepackt. Und die Musik ist mir dann plötzlich zugeflogen und war dann plötzlich das, wo ich gesagt habe, auf dich habe ich gewartet. Aber weißt du was, dass das bei mir genauso war? Weil ich hatte natürlich, habe früher angefangen, aber ab dem Stimmbruch, dann ist es ja wieder auch eine Sache, wo eine Neuentscheidung für einen Mann da ist. Ja, sowieso. Weil ich war Kinderdarsteller und war dort recht erfolgreich halt irgendwie. Und dann ist die Idee, und dann bricht es aber bei vielen weg auch. Also es ist ja nicht so, dass das dann weitergeht und dann denkst du, okay, was mache ich jetzt im Endeffekt? Und das ist ziemlich genau, weißt du was? Ich habe die jetzt undenkst, die kennst du glaube ich auch, die Nadia Marley, die Kabarettistin da gehabt zum Interview und die hat einen genialen Satz gesagt. Und das ist etwas, was auf mich so zutrifft und vielleicht auf dich auch. Weil es gibt zwar die Leute, die für was brennen, machen das alles. Aber ich sehe mich als fleißigen Faulen irgendwo. Weißt du, was ich meine? Das hat sowas irgendwie, wenn mich was interessiert, kann ich alles niederreißen. Aber ich bin eigentlich faul irgendwo. Irgendwo. Also sobald mich was nicht interessiert, tue ich nichts dafür. Ja, das stimmt. Gar nichts. Vielleicht sind wir zwei fleißige Faule. Fleißige Faule, ja. Das kann natürlich auch durchaus sein. Also das ist irgendwie so ein Bild, das für mich, also für mich trifft das total zu. Ja, ja. Wenn ich nicht voll interessiert, weißt du, ich glaube einfach, dass das aber bei Künstlern, die ja letztendlich irgendwo die idealen Freelancer sind, dass das so ist. Das ist einfach so. Ja, weil ich glaube, als Künstler kannst du auch schwer was anderes dann dazu machen. Ja. Weil du bist natürlich selbstständig, du musst schauen, dass du Aufträge kriegst, weil du bist da komplett eingefangen. Das Einzige, was ich noch zusätzlich mache, ist, ab und zu gehe ich aufs Eis für die Kids. Aber ganz ehrlich, andere Sachen da noch zusätzlich zu machen, ist fast unmöglich. Ich mache zwar meinen World Women's Day, anlässlich zum Weltfrauentag am 8. März. Erzähl mir da ein bisschen mehr darüber, wie ist das zustande gekommen? Naja, die Sache ist ja, wie ich schon vorhin dir erzählt habe, ich habe ja sehr lange auch so gespielt und einfach die Bezahlung oder die Gleichgerechtigkeit zwischen Mann und Frau war nie vorhanden. Ist es nach wie vor nicht. Und in der Musik, ganz ehrlich, ist es fast dasselbe. Weil wenn du Headliner siehst, sind viele Männer und dann steht ein Frauenname darunter. In den Charts. Ja. Die Charts begleitet von, sage ich jetzt die österreichischen Charts, von neun Künstlern und einer Künstlerin oder zwei, wo du dir denkst, also die Prozente zwischen Mann und Frau ist genau dasselbe wie im Sport. Und ich habe halt dann einfach gesagt, sobald ich irgendwie was tun kann, werde ich aufstehen und was tun. Und wir sind dann 2018, habe ich mich mit meiner Mama zusammengesetzt und gesagt, wie können wir das am besten angehen. Und sie hat mir halt einen, wie soll ich sagen, keinen Vorschlag gegeben, aber sie hat so mehr oder weniger eine Idee gehabt, wie man das umsetzen kann. Meine Mama ist ja auch im Management tätig. Genau. Das ist ja jemand, der das auch professionell macht. Genau. Meine Mama macht mein Management schon seit ich Baby bin. Sie managt dich als Tochter und als Künstlerin. Genau. Und dann haben wir gesagt, gut, wir machen eine Veranstaltung draus. Starke Stimmen, starke Frauen. Anlässlich zum Weltfrauentag am 8. März. Und das erste Jahr, wie wir das gemacht haben, da haben wir Radio Wien, haben wir nach wie vor als Kooperationspartner. Super. Wir waren im Nomomatic Forum und ich habe 15 Künstlerinnen eingeladen unter dem Hashtag We are starke Stimmen, starke Frauen. Ich habe keine Erwartungen gehabt. Ganz ehrlich. Ich habe nur gesagt, ich will diese Message raus. Die waren alle von der Idee begeistert, dass ich da, meine Band hat gespielt. Super. Also begleitet, die Künstlerinnen und jeder hat halt einen Song performt und hat quasi Zeit gehabt, sich für dieses Projekt einzustehen. Und das hat so souverän funktioniert. Die Halle war voll. Und ich war so begeistert und bin nach wie vor so aus dem Häuschen, dass das alles so geklappt hat, dass wir gesagt haben, okay, wir werden das jetzt jährlich machen. Weil es ist nach einem Mal nicht weg. Das Beste wäre natürlich, wenn dieser World Women's Day gar nicht mehr existieren würde, weil dann wäre es equal. Dann ist es nicht mehr notwendig, da in irgendeiner Form was zu machen. Ich verstehe schon. Und dass das Endziel ist, dass man solche Veranstaltungen gar nicht mehr machen muss, weil ihr Warnes von vorne rein da ist. Genau. Also ich hole quasi alle Künstlerinnen auf die Bühne an einem Tag, dass die ganzen Konzerte, die sie im Vorjahr gespielt hat, ausgleicht. Weil so viele männliche Headliner, wie es gibt. Natürlich, die Musik und der Sport ist wahrscheinlich von den Prozentsätzen von Männern einfach höher. Aber die Frauen, die sind einfach, die kämpfen. Sie lassen sich nicht unterkriegen. Ich kenne es von mir selber. Ich will aufstehen und sagen, wir brauchen eine Veränderung. Es gibt Schauspieler, die einfach gesagt haben, wenn meine Partnerin als Hauptdarstellerin mit mir gemeinsam nicht dieselbe Gage kriegt, wie ich, dann spiele ich nicht. Und das finde ich cool. Ja, absolut. Und genau das brauchen wir. Wenn es einen Headliner gibt, dann muss eine Frau auch als Headliner kommen. Ja. Die auf derselben Bühne. Ja. Oder ausgeglichener. Aber man kann halt nicht fünf Herrensongs im Radio spielen, dann kommt eine Frau. Und dann kommen wieder zehn Männer. Du hörst, wenn man darauf achtet, eher weniger Frauen hintereinander als Männer. Und das ist einfach so, warum? Und deshalb haben wir gesagt, wir wollen Veränderung. Und wir wollen da nicht nur Künstlerinnen, also in der Musik auf die Bühne holen, sondern wir haben auch Comedian mit dabei. Wir haben Portrait Slam dabei. Wir haben eine Buchhautorin mit dabei. Also in jeder Branche. Man kann das in jeder Branche irgendwie preisgeben. Man kann überall sagen, ich will diese Equal Rights auch haben. Wie viele Künstlerinnen treten da auf an einem Abend? Also wir sind jetzt, das erste Jahr waren es 14. Wer ist denn da dabei gewesen? Wir waren das erste Jahr mit dabei. Sollen wir das irgendwo googeln? Schauen wir mal. World Women's Day, finde ich das im Internet irgendwo? Natürlich, auf der Website sieht man es. Ich weiß aber jetzt nicht ganz genau. worldwomansday.com Also 2018 war auf jeden Fall die Monika Ballwan, die Birgit Denk, die Zoe, die Ina Regen war mit dabei. Jetzt fehlen mir noch zehn. Es waren definitiv viele Künstlerinnen. Ja, ja, klar. Kann man halt alle jetzt aus dem Kopf. World Women's Day oder Women's Day? Women's. World Women's. Aha, da ist irgendwie jetzt momentan die... Women's. Ah, okay. Dann ist es Mehrzahl, genau. World Women's Day. Schauen wir das mal an. Ah, there we go. Ach, da bist du ja. Schon. Okay. There we go. Künstlerinnen. Stella Jones. Ja genau, das war von letztem Jahr. Simone Koppmeier. Simone Koppmeier. Unglaublich. Eine ganz, ganz liebe Person. Die Meierin war auch super, ja. Kernöl Amazonen. Kameré. Birgit Denk. Das ist doch toll, was du da aufziehst. Hey, es müsste eigentlich einen World Women's Roundtable geben. Können wir gerne anfügen. Hä? Das wäre der Mann. Aber ich bin ja ein Mann. Ich darf ja nicht dabei sein jetzt, oder? Nein. Das Lustige ist, wir haben sehr viele Anfragen gekriegt. Darf mein Mann überhaupt nicht kommen? Ja, das ist aber wirklich, das ist etwas, was ich jetzt auch mir gedacht habe. Nein, nein, gar nicht. Ist das schon okay, ne? Das Statement wird natürlich von den Frauen außen hin, also ausgetragen, ja. Aber natürlich dürfen Männer hinkommen, ja. Uns ist es sogar wichtig, dass Männer hinkommen, weil es ist uns enorm wichtig, dass Männer derselben Meinung sind. Dass die Männer genauso ein Statement sagen, wie dieser eine Schauspieler, der halt dann sagt, ich mache das nur, wenn sie genau dieselbe Gage kriegt wie ich. Ja, meine ganze Band spielt. Die findet das Thema gehört auf Gleichberechtigung, ja. Wir brauchen Männer, die auch daran glauben, dass halt die Frau genauso viel behandelt wird wie ein Mann einfach, ja. Of course. Weißt du, der Punkt ist und vor allem ist ja auch dann irgendwo der männliche Blickgewinn. Genie, weißt du was, wir machen live on Sendung jetzt Folgendes. Wir vereinbaren was. Wir machen einen als Co-Moderatoren, wenn es okay ist für dich, wir laden die Mädels ein. Sehr gerne. Machen wir so einen Roundtable und Podcast mit Kameras und so weiter und so fort. Ich kann es momentan aus technischen Gründen immer nur in Vierergruppen machen, also dass wir zwei zusätzlich machen und das vielleicht ein paar teilen. Sehr gerne. Würdest du das machen wollen? Ich werde natürlich den ganzen Mädels Bescheid geben. Es wird auch ganz, ganz bald, werden auch schon die Künstlerinnen und das ganze Setup preisgegeben in einer Pressehaussendung und dann werden wir online gehen mit dem Ticketsverkauf. Super. Und dann werde ich die Mädels einfach fragen, wer gerne kommen möchte und dann kommen wir einfach her. Das machen wir, weil das ist so ein spannendes Thema und dann habe ich, dann haben wir und es ist auch so, dass ich als Mann dann auch Fragen stellen kann, die mir als Mann auch mehr Awareness geben. Ja. Weißt du, weil das ist ja auch wichtig, dass wenn das eine männerlastige Sache ist und das ist es, ist keine Frage. Also die Welt funktioniert nach wie vor so und das hat unterschiedlichste Gründe. Also ich habe da auch ganz interessante Argumente gehört, unterschiedlich, warum sich das so entwickelt hat. Das geht bis zu sanitären Einrichtungen, das es früher für Frauen nicht gegeben hat. Also das heißt einfach, seitdem das, und das sind ganz simple Sachen, seitdem es das Tampon gibt und so weiter und so fort, solche Sachen, du musst dir vorstellen, dass Frauen früher mindestens eine Woche aus einem Gefecht waren, dass die gar nicht die Möglichkeit gehabt haben, so ins Berufsleben einzusteigen auch oder so frei zu agieren, rein körperlich schon nicht, wie Männer, weil sie durch ihre Tage total gehandicapt waren früher. Durch solche simplen Sachen hat sich das interessanterweise auch irgendwie mitentwickelt, dass da eine gewisse Ungleichheit entsteht. Aber weil du sagst Schweden früher, dort oben und durch das Eishockey dort oben ist ja diese Equal Rights Sache sehr, 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 sehr stark, sehr, sehr groß gegeben. Also Schweden war ein Land voller Toleranz und Akzeptanz vor allem. Da gab es keine Unterschiede. Weder von der Sexualität her, sage ich jetzt einmal, oder von den zwischen Frauen und Männern. Da war, also wir könnten uns definitiv eine Scheibe abschneiden. Die sind auch immer einer der Vorreiter, die halt zeigen wollen in Europa, wie es gehört. Und das finde ich ganz, ganz stark von Schweden. Es ist ein total offenes Land, total glückliches Land. Es schaut so aus, weil das sind alles recht lässige Leute da oben. Und war kommunikativ und sehr, sehr zugänglich auch. Ja, sind sie definitiv. Also ich hatte die große Ehre, drei Jahre dort zu leben. Und es war, ich glaube, wäre ich nicht dorthin gegangen, wäre ich gar nicht dieser Mensch geworden, der ich jetzt bin. Das kann schon sein. Also dieses, die machen, wenn es ein Problem gibt, die suchen nach Lösungen. Und nicht, da gibt es ein Problem, okay, lassen wir es ein Problem sein. Oder machen wir nur ein Größeres, wie es leider in Wien oft so ist. Und der Wiener, das geht aber nicht. So dieses Wiener abblocken, bevor wir irgendwie, das ist schon da. Und ich habe das, in England ist es ja auch ein bisschen anders. Also ich habe das ja, dadurch, dass ich in England und Amerika, wo ja auch, Amerika hat andere Probleme wieder. Aber zumindest eine Idee ist eine Idee. Und du hast dort das Gefühl, ja, go for it. Do it. England auch. Und jedes Mal, wie ich nach Österreich zurückgekommen bin, wobei ich jetzt nicht über Österreich schimpfe, ganz im Gegenteil. Ich liebe Österreich und ich würde nie mehr ins Ausland wollen, im Endeffekt. Aber ich habe schon gemerkt, dass von der Kommunikationsfreudigkeit vom Alasjo in der U-Bahn in London, das war noch Pre-Handy-Zeit, wie es jetzt ist, weiß ich nicht. Pre-Handy. Ja, also Pre, was weiß ich, WhatsApp und so weiter und Text-Zeit. Wenn ich von London zurückgekommen bin nach Wien, ist mir echt irgendwie das Gesicht eingeschlafen, wenn die Leute in der U-Bahn gesessen sind. Also in London, da war echt die Leute am Grät und es war laut irgendwie und da, 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 da und so. Aber das ist schon was anderes. Ich verstehe schon. Also das heißt, natürlich prägt so ein Auslandsaufenthalt in einem anderen Land. Das hat mich als Mensch auch geprägt, total. Ich glaube, man braucht auch die Erfahrung irgendwo. Also wenn man ein Mensch ist, der gerne ins Ausland gehen wollen würde, rate ich dazu, es zu tun. Weil du lernst plötzlich was anderes kennen. Es gibt natürlich auch Leute, die sagen, nein, ich gehe nicht aus meinem Land raus. Auch verständlich. Absolut, okay. Aber ich finde halt, wenn man schon die Möglichkeit hat, sollte man schon sehen. Weil du schätzt dann auch natürlich sehr dein Land, aber du lernst andere Sitten auch kennen. Und über das lernst du, und das war sowas bei mir, über das habe ich Österreich wirklich schätzen gelernt. Ist es. Über alles das, ein wunderschönes Land und alle diese Dinge. Jetzt gibt es die neue Single von dir. Genau. Zurück zur Musik. I saw an Angel. Ja. Hast du vor, jetzt als Produzentin selbst weiterzuarbeiten? Also das heißt, ist das jetzt dein Weg, den du für die Zukunft für dich gefunden hast im Moment? Ich, wie soll ich sagen, natürlich. Also ich will schon weiterhin selber produzieren, weil ich da einfach weiß, okay, wie ich es machen möchte. Oder ich würde gerne sehr viel mitproduzieren oder Mitspracherecht haben bei meinen Songs. Aber hauptsächlich mache ich natürlich Singer-Songwriter. Also ich schreibe meine Songs und performe meine Songs und will einfach ein eigenständiger Künstler bleiben. Und jetzt bin ich eher am Arbeiten an der nächsten Single und am nächsten Album. Gibt es da schon einen Titel davon? Ist das noch zu froh oder gibt es schon was? Also wenn es jetzt wirklich, wenn alle Stricke nicht reißen sollten, sagen wir so, wird die nächste Single und da werden sich meine Konzertfans wirklich sehr freuen, weil die nächste Nummer wird Right Gay. Hey! Genau, eine sehr blusige Nummer. Super. Und ich weiß auch schon, wie ich sie produzieren werde, dass sie eben, weil die war immer so eine Live-Nummer, die die Leute, die Leute sind danach hergekommen und gesagt, boah, wo kann ich das Nummer schon kaufen und hin und her. Ich sage, Leute, da gibt es halt nur Live. Aber ich habe jetzt nach dem letzten Konzert sind mir wirklich, weiß ich was, 15 Leute entgegengekommen und gesagt, die Nummer, das ist der Hit. Super. Und ich habe mir nur gedacht, das ist die einzige Nummer, die habe ich schon vor vielen Jahren geschrieben, sehr blusig, wo ich mich total zu Hause fühle. Es ist arg. Okay. Es ist wirklich arg. Okay. Bin gespannt. Ich gehe total auf bei dieser Nummer, die kann ich in- und auswendig. Wenn ein Fehler passiert, wurscht. Das mache ich einfach drüber und die sitzt aber trotzdem. Super. Auf die freue ich mich extrem. Super. Schreibst du für andere auch? Mit anderen. Okay. Ja. Also es hat sich jetzt noch nicht so ergeben, dass ich jetzt einen Song schreibe und den jetzt jemand anderen gebe. Aber ich tue schon mitschreiben, natürlich. Aber ich glaube, da bin ich viel mehr bei mir noch. Okay. Dass ich viele Songs fürs Album zusammenkriege, viele Songs im Repertoire habe, die ich auch live performen kann. Ja. Also das würde ich auch gerne machen. Ist das etwas, ich wollte gerade fragen, ist das etwas, was du in der Zukunft dir vorstellen kannst, dass du deliverst für andere auch? Weil ich habe das Gefühl, du hast so eine unglaubliche, du bist so ein echter Songschreiber. Ist das etwas, wie lange dauert das bei dir? Das ist komplett unterschiedlich. Ja. Ist es auch, gell? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich arbeite jetzt nicht bei einer Arbeitszeit, wo ich sage, ich sitze jetzt von 12 bis 17 Uhr nur am Songschreiben, sondern wenn es mich überkommt, dann überkommt es mich. Und warum ist das? Gibt es da spezielle Zeiten? Bei mir ist es immer so ganz in der Früh gewesen. Ja, bei mir auch. Ganz in der Früh. Das ist so beim Kaffee. Scheiße, aber da musst du es gleich aufnehmen. Ja. Ich habe es immer vergessen. Voll. Weil das geht es dir auch so? Ja. Ja. Ich wache auf ab und zu mit einer Melodie und denke mir, die muss ich gleich ansingen, wenn ich aufwache. Und dann habe ich es eh schon wieder vergessen. Aber in den meisten Fällen ist es so, ich brauche ja meinen Kaffee in der Früh, dann nehme ich meinen Kaffee. Ich auch, Tito. Und einen Gurten nämlich. Einen Gurten-Kaffee. Und wenn es keinen Gurten-Kaffee gibt, forget it. Dann gibt es keinen Gurten-Song. Geht auch. Und dann sitze ich bei der Gitarre und dann noch total verschlafen. Und da habe ich schon das Urkonzert in meinem Kopf. Aber da schreibe ich am besten. Da kommen die besten Emissionen und ich habe keine Ahnung, warum. Ich glaube einfach weit, weil der Mind leer ist noch. Ja, das kann durchaus sein. Da ist irgendwie Space für Dinge, für kreative Sachen. Das kann durchaus sein. Ja. Ich habe es einfach so genommen wie süß und habe dann einfach geschrieben. Ja, super. Aber so sind die ganzen Songs entstanden. Wow. Also jeden Song, den ihr da hört, ist eigentlich in der Früh entstanden. In der Früh. Beim Morgenkaffee. Bei Virginia Ernst. Virginia Ernst schreibt in der Früh beim Morgenkaffee. Kaffeesponsor. Müssen wir gleich schauen. Schauen wir mal. Der Seger Fredo oder der Illy. Du hast mich vorhin gefragt, was würde ich gerne machen. Ich glaube, ich würde gerne ein Kaffeehaus aufmachen. Ehrlich? Und den Barista machen. Wow. Ich bin ein Junkie, was Kaffee angeht, aber nur schwarzer Kaffee. Man muss ja den Kaffee schmecken. Aber das wäre auch ein Traum von mir, einen Kaffee aufzumachen. Haben viele Künstler gemacht. Das wird Virginia Ernst. Virginia Ernst. Das wird Virginia Ernst. Das wird Virginia Ernst. Das wäre schon cool. Kaffeehaus, das wird es geben. Wow. Ist das schon, bin ich der Erste, wo das jemals angekündigt worden ist? Ich glaube schon. Ich glaube, ich muss das jetzt auch wirklich dann durchsetzen. Jetzt bist du, was liegt, das biegt. Ja genau, was liegt, das biegt. Ich schaue mir das in zehn Jahren dann nochmal an und denke, wow, da muss ich meine Träume hin. Aber ich glaube, da mache ich mir keine Sorgen, weil du bist jemand, der sich seine Träume auch verwirklicht mit dem, was du tust. Ich bin sehr zielstrebig, sehr verbissen. Ich gehe mit dem Kopf durch die Wand. Wenn es halt nicht geht, probiere ich halt woanders mit dem Kopf durch die Wand zu kommen. Also, wenn man immer probiert, in derselben Türe reinzugehen, sage ich ja mal, okay, schaust drauf, ich probiere es anders. Und ich glaube, das ist auch ein Rat, was ich sehr, sehr vielen Künstlern einfach rate. Es ist nicht der, ob es passiert, sondern wann. Wann. Sondern dieser lange Atem, bis sich da was movt. Und es ist sicherlich kein einfaches Business, wo dir jeder die Hand küsst und sagt, bitte da komm rein, mach dein Interview, da stell dir einen Song vor. Sondern du musst wirklich viel machen dafür und immer dahinter bleiben und nicht aufgeben. Und das Wichtigste ist, was ich auch lernen habe müssen, an sich selbst zu glauben. Weil du hast plötzlich die Leute bei dir bitten, die dir sagen, du machst das so nicht gut und das schaffst du nicht und was ist denn das und na, das wird ja nie was. Du musst dir immer treu bleiben. Ich glaube auch eine Zeit, wo ich natürlich anderen viel mehr geglaubt habe als mir selber. Aber da muss man einfach drüber stehen und weitermachen, weitermachen, weitermachen. Du hast immer einen neuen Start in der Musik. Du kannst immer neu ansetzen. Und dann ist das Alte schon wieder vergessen. Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Also alle, die die Musik machen wollen und das ist etwas wahnsinnig Schönes. Virginia, ernst. There you go. Thank you so much. Danke für die Einladung, Alex. Danke dir. I saw an Angel. Schwimmen wir nochmal raus. Bye. Ciao. 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 I saw an angel over the mountain She crossed the ocean and came to me And on the other side of the mountain There was a choir that sang to me Remember how you held me tight at night I couldn't sleep, you held me by your side You told me fairytales all day And I love you in every single way I saw an angel over the mountain She crossed the ocean and came to me And on the other side of the mountain There was a choir that sang to me I saw an angel over the mountain She crossed the ocean and came to me I saw an angel over the mountain She crossed the ocean and came to me And on the other side of the mountain There was a choir that sang to me There was a choir that sang to me There was a choir that sang to me And on the other side of the mountain I saw an angel over the mountain She crossed the ocean and came to me And on the other side of the mountain There was a choir that sang to me